So sieht mein Startup-Tab aus. Wie gesagt, ich setze nicht die größte Hoffnung ein, dass das Ding 1 zu 1 zu 1 treffen wird. Und am 19. zum Vorbericht zum nächsten Sonntagsspiel für unseren VfB. Am Wahltag, am Sonntag 15.30 Uhr geht es nach Bochum, das Auswärtsspiel. Bei dem kann man auf den Kader mal kurz gucken. Da haben wir nämlich den starken Keeper Riemann, der am Mittwoch gab nicht mehr, dass er das Training abbrechen musste. Ich bin gerade nicht sicher, ob er jetzt einsatzfähig ist für Sonntag. Wäre natürlich für Bochum schlecht. Für uns, doof sagt gut, weil es wirklich ein guter Rückhalt bei denen. Dazu haben wir einen Ex-VfBler. Nakuma Asano haben sie geholt quasi aus der Vereinslosigkeit. Der ist aber auch angeschlagen, weiß nicht, ob der im Kader stehen kann. Und eben Zoller auch wichtig bei den Vorderenträgern. Jetzt mit dem Kreuz, es fällt lange aus. Also sie haben auch ein paar Verletzungen, die für Bochum wehtun. Haben im Sommer sich ganz gut verstärkt, würde ich sagen. Ein paar gute Jungs geholt, auch mit bunziger Erfahrung. Zum Beispiel Rex Spitschei, der auch so ein bisschen durchgereicht wird von Wolfsburg. Die ganzen Laien haben sie eben ausgeliehen. Asano, wie gesagt, Löwen ausgeliehen von Hertha BSC. Und eben auch Staphylidis von der TSG und solche Leute geholt. Also wirklich akzeptables bis gutes Transferfenster für die Bochumer nach Aufstieg. Habt ihr ja auch als den Aufsteiger in meiner Saisonprognose drin, der drin bleibt. Ich habe ja Bochum drin gehalten und Fürth runtergetippt. Haben schon einen Sieg eingefahren, nämlich zuhause gegen Mainz tatsächlich. Es müsste, glaube ich, zweiter Spieler gewesen sein. Das erste Heimspiel nach Aufstieg haben sie gewonnen gegen die Mainzer. Aber eben auch gleichzeitig ein Heimspiel verloren gegen Berlin. Sehr, sehr unglücklich. Sie hätten sie nicht verlieren müssen. Was ja auch ein direkter Konkurrent ist, gerade tabellarisch. Das Spiel auch in München, ja, 7-0, richtig schön baden gegangen. Aber gut, das passiert halt mal. Gerade als Aufsteiger, wenn die Bayern da Bock haben, und nicht nach einem 3-0 aufhören zu kicken, sondern wirklich Bock haben, jemanden abzuschießen. Dann schießt es sich halt ab. Dort gespielt dann auf 4-2-3-1. Haben dann Tempospiel in Holtmann, auch in FIFA ein sehr, sehr hoher Tempowert. Wo es aber auch die ersten paar Minuten in München, die erste Viertelstunde war es wirklich gut dabei. Und danach ging es eben so ein bisschen bergab. Also wird auf jeden Fall tabellarisch, auch aktuell und eben auch mit dem Finalziel am Ende der Saison, eben bei beiden Klassenerhalt, ein wichtiges Spiel. Und auch die Tabelle sagt gerade ganz klar und deutlich Abstiegskampf-Duell, wenn man es jetzt mal so nennen will, zu dem jetzt zweiten Saisonzeitpunkt. Platz 17 ist Bochum, drei Punkte geholt, gegen eben Platz 14. Das sind wir gerade der VfB Stuttgart mit vier Punkten nach fünf Spielen. Also tabellarisch, wie gesagt, so 100% wichtiges Spiel, damit es eben nicht ungewöhnlich wird. Bochum hat jetzt nach uns ein schweres Spiel in Leipzig und dann eben ein sehr, sehr wichtiges in Fürth. Zweimal auswärts am Stück. Bei uns kommt auch ein wichtiges Heimspiel gegen den TSG. Kann man wieder gerne dreifach punkten. Und dann muss man auswärts nach Gladbach, wo man gerade nicht genau weiß, was bei denen so Sache ist. Die Konkurrenz hat auch an diesem Spieltag schwere Spiele. Fürthspiel gegen die Bayern. Hertha muss in Leipzig ran. Frankfurtspiel gegen Köln. Also ich nenne es nur rein tabellarische Konkurrenten gerade. Gladbach muss gegen Dortmund ran. Und Bielefeld muss zu Union Berlin. Werfen wir mal im Liga-Viel-Duelle mal wieder. Wir haben insgesamt 74 Spiele gegen Bochum gemacht. 39 Siege, 17 Niederlagen und 18 Unentschieden kamen bei raus. Hauptsächlich wegen dem Rekord, den wir zu Hause gegen Bochum haben. Wenn wir nur auf auswärts gucken, sind es 13 Bochum-Siege, 12 Unentschieden und 12 Siege von uns in 37 Spielen in Bochum. Letztes Spiel war ein wichtiges 0-1 im Aufstiegskampf. Kurz vor Schluss durch Hamadi Al-Ghadoui. Insgesamt die letzten 10 Spiele in Bochum bis 2003 zurück. Waren es 5 Siege, 2 Niederlagen und 3 Unentschieden. Also auch akzeptable Statistik, was das angeht. Natürlich vor allem gerne, deswegen auch das Thumbnail. Erinnern wir uns alle an das 2 zu 3. Quasi die Meisterschaft mit dieser wahnsinnigen Hildbrand-Parade kurz vor Schluss am 33. Spieltag 2007. Kommen wir zum Startelf-Tipp, da wieder so ein bisschen Mix aus Meldungen, die sich über die Woche so zusammengesammelt haben und eben auch der PK von heute früh. Also Fahir muss sich noch ein bisschen gedulden, ist ja logisch. Ich meine, der Kollege ist 18 Jahre alt, kommt aus der Dänischen Liga, zwei Wochen im Lernenspielbereich gehabt. Also ganz normales Ding, auch muskulärische Probleme so ein bisschen. Förster fällt weiterhin mit einem Infekt aus, der scheinbar irgendwie Bauchmuskulatur betrifft, irgendwie sowas ganz wildes. Also der kann scheinbar gar nicht trainieren gerade. Sehr, sehr schade. Also ja, vermutlich auch bis zur Lernenspielpause erstmal nicht mehr vorgesehen, dass der Kollege, dass wir ihn nochmal auf dem Platz sehen. Führig kommt zurück, ist komplett in Mannschaftstraining, hat auch Lob bekommen auf der PK. Aber Rino sagt da immer recht klar, finde ich, wenn er Kader sagt, dann ist es Kader. Und wenn er wirklich sagt, er kommt nicht Kader oder Startelf oder er wird spielen oder sowas oder wird seinen Einsatz bekommen, dann klingt das meistens nach Startelf bei Rino. Also ich glaube, weil er eben gerade da jetzt wieder heute Kader gesagt hat, und es macht ja auch Sinn, mein Kollege war auch Ewigkeiten raus, denke ich mal, dass wir Führig erstmal von der Bank sehen werden. Amadas ausdrückend Mannschaftstraining, der bekommt da wohl seinen Einsatz erstmal beim VfB 2. Und jetzt schauen wir mal dann auf die genaue Startelf. Natürlich auch wieder da gerne personell eure Meinung in die Kommentare. Recht klar ist ja wieder Müller hinten drin. Anton kehrt nach Rotsperre zurück, ist auch sehr wichtig. Dazu ist auch Dinos sicher. Ich witter so ein bisschen die Mini-Chance, also vielleicht einen Ito sehen statt einem Kämpfer-Berginn. Aber ich glaube trotzdem, dass Kempf erstmal starten wird. Und davor wieder Endo und Karasor und links Sosa, die sind auch gesetzt. Ich setze mal rechts eine Überraschung rein, oder so ein bisschen eine Überraschung rein. Für mich rotiert mal Massimo tatsächlich raus. Und ich mache noch ein bisschen Platz damit für meinen wilden Angriff. Also ich glaube, die Chance auf 11 von 11 verbaue ich mir damit selber. Aber ich fände es mal so interessant. Wir machen Koulibaly auf rechts, nämlich Mangalaschi wieder offensiver, also quasi auf der Position von einem Förster. Daneben ist Gnumic absolut eine Option. Auch nach Einwechslung wieder völlig okay gewesen. Aber ich bringe da trotzdem mal Marmusch auf diese Position. Ähnlich wie ein Koulibaly, der auch eher über Flügel kommt oder eben die Spitze gespielt hat, wie gegen Leverkusen, übers Tempo kommt. Aber wenn du einen Koulibaly da hinstellen kannst, warum nicht auch einen Marmusch? Und dann eben ganz vorne drin Hamadi Al-Ghadoui. Weil ich glaube, in so einer Art Spiel ist so ein Stürmer, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So sieht mein Startup-Tab aus. Wie gesagt, ich setze nicht die größte Hoffnung ein, dass das Ding 1 zu 1 zu 1 treffen wird. Aber immer gespannt, ob Rino am Sonntag mal ein bisschen was ausprobiert. Kommen wir zur Prognose. Natürlich wieder immer das Voting im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid, Sieg und Schien-Niederlage. Und natürlich auch genauere Ergebnisse, genauere Meinungen ab in die Kommentare. Und ich möchte mal kurz so einen kurzen Stand machen quasi von nach diesen fünf Spielen. Ich lasse mal Fürthitz raus. Letztes Jahr eben auch in der zweiten Liga waren, nicht in der ersten Liga. Aber ich will diesen Vergleich ziehen, weil ich es auch in den Kommentaren gesehen habe und sehr interessant fand. Auf den letzten vier Gegner, die wir hatten jetzt. Zweimal Unentschieden gegen Frankfurt letztes Jahr. Zweimal Niederlage gegen Freiburg letztes Jahr. Einmal Unentschieden, einmal Niederlage gegen Leverkusen letztes Jahr. Und dann zweimal Niederlage gegen Leipzig. Also wir haben letztes Jahr nie gewonnen gegen diese vier Teams. Jetzt haben wir es auch nicht geschafft. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir da groß viel mehr Punkte einplanen können oder sollen. Wir haben auch gerade mit einem sehr guten letzten Saisonvergleich. Letztes Jahr haben wir gegen die auch keine Punkte gesammelt. Was ich jetzt hier gerade richtig sehe, waren es dann drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Gegen dieselben vier Klubs. Eben in den Rückspielen insgesamt. Missentat geht da auch mit. Sagt, dass wir ansonsten einigermaßen im Soll sind. Er hat auch gesagt, gegen Freiburg hätten wir einen Punkt eingeplant. Und ich würde auch sagen, dass das Spiel hauptsächlich ist, wo es sehr schade ist, dass man in der zweiten Hälfte nicht noch mehr drauflegen konnte. Und da eben zu Hause einen Punkt hätte sich sichern können. Deswegen wird das Spiel auch auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Bin ich hundert Prozent dabei. Aber ich will auch diesen Begriff von Schlüsselspiel oder whatever will ich noch nicht in den Mund nehmen. Will ich noch nicht so sagen. Immerhin habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft es geschnallt hat, wie es gerade ist. Auch tabellarisch. Weil der Ton wird rauer. Also Rino ist mal lauter geworden im Training scheinbar. Da kam auch wieder was raus, was wir noch von Nico Willig kennen. Nämlich dieses Online-Sein. Es kann nicht sein, dass man sich hier Pausen nimmt. Alle müssen immer online sein. Hat auch das Wort Charakterfrage in den Mund genommen. Also ja, finde ich ein richtiger Ton aktuell in der Lage. Deswegen, Bochum auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Allen sollte die Lage klar sein. Man kann auch in Bochum gewinnen. Selbst Berlin, also ohne mit Berlin fronten zu wollen. Aber selbst Berlin mit dem Spiellauf, Spielverlauf. Da merkt man, dass Bochum vielleicht auch nicht das größte Glück der Welt hat als Aufsteiger. Aber solche Spiele gegen Berlin zu Hause brauchst du nicht verlieren als Bochum. Deswegen, erkämpfter, umkämpfter, Auswärtssieg. Ganz Standard-Tipp. Wir holen das Ding irgendwie mit 1 zu 2. Egal wie. Da muss gepunktet werden. Natürlich am besten dreifach. Und damit sind wir am Ende angelangt. Hier wird dieser gesamte Spieltag getippt. Hier neben mir für euch. Auch so zu sehen in der Kick-Tipp-App. In unserem Tippspiel gerne auch da reinkommen. Morgen kommt dann, wie gesagt, das, oder was hat es mir gesagt, wie in der Instagram-Story angekündigt quasi, das Special-Video. Das, wenn es da rauskommt, sehr, sehr gerne reinziehen. Zerreiß das Ding bitte morgen. Und dann am Sonntag mal wieder. Seit Ewigkeiten haben wir wieder einen Stream. Weil ich natürlich nicht in Bochum bin. Haben wir wieder einen Stream. Da gerne einschalten am Sonntag. Sonst vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.